Schönen guten Tag zum neuen Color Report auf dem Speedloop-Special-Power-Breakdown-Channel von Smilodogs. Wir fangen heute mit dem Top-Thema an zum Tod von Joe Lindner. Joe Aesthetics war sein Internet-Pseudonym. Johann Lindner stammt aus Bayern, ist 30 Jahre alt geworden, leider, leider viel zu früh verstorben. Und die Ursachen, die kommen jetzt auch langsam zum Vorschein. Es war, wie es aussieht, ein Aneurysma, was er hatte und in Verbindung, eventuell in Verbindung mit seiner Krankheit, die er hatte, diese Ripped Muscle Diasase, wie das heißt, Diasase, er hat so eine Muskelerkrankung gehabt, was zu einer erhöhten Krampfneigung führt in der Muskulatur. Deswegen konnte er auch so mit seiner Brust Klavier spielen, also so die Fasern spielen lassen, überall. Das war jetzt, wie gesagt, aufgrund seiner Krankheit zurückzuführen. Und da der Herz ja, wie wir alle wissen, auch ein Muskel ist, könnte es eventuell zusammengehangen haben, aber es ist nicht bewiesen wissenschaftlich, dass dort ein Zusammenhang besteht. Wäre jetzt für mich als Laien, eins und eins zusammengezählt, eine mögliche Todesursache. Der Johannes, also der Joe Lindner, der war international sehr erfolgreich, hatte 8,3 Millionen Follower auf Instagram, war einer der bekanntesten und strategisch Clevers, ein Influencer, die wir in Deutschland hatten. Er war dort immer im Top-Ranking mitgeführt. Er hatte sich auch schon im Wettkampfsport versucht, 2017, in der Men's Physik. Hat sich dann bei einer Thailand-Pro-Show die Pro-Card geholt später und hat sich international einen großen Namen gemacht. War auf YouTube sehr aktiv, hat dort knapp eine Million Abonnenten gehabt, hat einen komplett englischsprachigen Channel gehabt. Und das vielleicht mal zu den Infos zu der Person. Joe Lindner, wer den nicht kannte, ich musste mich auch erst einlesen, weil ich tatsächlich mit dem Namen leider nicht so viel anfangen konnte. Aber ich habe durch internationale Presse gesehen, dass er wirklich mittlerweile ein Weltstar war und bei vielen bekannten Profis ein- und ausgegangen ist oder mit denen Kontakt hatte und dort sehr anerkannt war. Das zu dem Thema Joe Lindner. Ich würde sagen, wir lassen das so stehen. Rest in Peace, Joe. Wir sehen uns alle auf der anderen Seite irgendwann wieder. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Dann kommen wir zu dem Thema, ganz kurz vielleicht zu dem Ziehtlos. Dort bricht ja zurzeit so ein kleiner Rosenkrieg aus, wen es interessiert. Der Johannes, wollte ich schon wieder sagen. Der Julian, der hält sich ja nur nach seinem Liebesurlaub da jetzt seit kurzem wohl wieder in Berlin auf, um auch unter anderem seine Kinder zu treffen. Und jetzt bewerfen die sich da gegenseitig mit Schmutz. Er hat seine Frau scharf attackiert oder noch Frau oder Ex-Frau oder was das ist. Die verklagt ihn jetzt auf 100 Mill, also 100.000 Euro. So, liebe Leute, zurzeit läuft bei Smilodox die fette Aktion. Bei einem Mindestbestellwert von 80 Euro bekommt ihr diese geile, hochwertige und funktionelle Tasche gratis dazu. Einfach anklicken mit dem Warenkorb reinschmeißen. Wenn ihr einen Mindestbestellwert von 80 Euro habt, gebt euren Lieblingsathleten Rabattcode ein. In meinem Fall ist es Code Heiko. Viel Spaß beim Job, euer Kind Kalle. Sie ist ja jetzt die alleinige Chefin von Rocker, so wie ich das mitbekommen habe, wenn ich mich da nicht verlesen habe. Also sie ist ja da jetzt im Nachhinein ganz gut aufgestellt. Er hat alles abgegeben. Macht er mit seiner russischen Freundin Katie jetzt da auf Amore und hofft, dass das alles besser wird wie vorher. Er hat er dann eingeräumt, auch in irgendwelchen E-Mails, die öffentlich geworden sind, dass er seine Frau mehrfach betrogen hat. Also irgendwie scheint die Ehe da doch nicht so ganz so funktioniert zu haben, wie sie sollte. Also mehr scheinen als seien, wie es so oft ist. Und das hängt wohl mit dem Scheidungsdrama von ihm zusammen. Also wie gesagt, alles so ein weichgespültes Weicheigequatsch. Jetzt ist da der große Rosenkrieg da. Die Leidtragende sind am Ende immer die Kinder. Das wissen wir ja, was nicht so schön ist. Wenn er sich wie so einen Lappen von seiner Frau behandeln lässt, dann hätte er bei Zeiten mal aufs Bremspedal drücken müssen oder sie vielleicht mal wach rütteln müssen. Natürlich im übertragenen Sinne. Und mal ein bisschen Eier zeigen und zeigen, dass er der Mann im Haus ist. Wenn er es da wirklich so schwer hatte, weiß man alles nicht. Interessiert mich persönlich auch nicht. Für die Veganer unter euch, die da dem Rocker-Konzern verfallen sind, ist das vielleicht ganz interessant zu erfahren, dass da richtig gerade Beef ist und dass da finanziell die Fetzen noch fliegen werden. Definitiv. Dass der Julian sich jetzt gefunden hat und neu starten will, ist ja auch alles schön und gut. Ich denke mal, wir werden da noch sicherlich spannende News erfahren, was das angeht. Vermute ich mal ganz stark, weil so eine Typen, die rudern ja dann noch gern mal zurück, wenn sie merken, dass alles gegen Baum läuft. Und die Russin, die sagt ja eigentlich ziemlich klar, dass er mit ihm zusammen ist, um abgesichert zu sein. Und wenn er sich wie so ein Freier durchbenutzen lässt, ist das seine Angelegenheit. Wenn er da Spaß zu hat und so ein devotes Kerlchen ist, dann viel Spaß, Johann. Julian. 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 Muss man nicht mehr merken. Julian Zietlow. Okay. Ich hoffe, dass ich mit dem Thema jetzt nicht mehr so allzu oft so konfrontiert werde, aber es ist ein guter Lückenfüller. Und wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar der liebe Patrick Teutsch, der ja schon im vergangenen Jahr viele Schlagzeilen gemacht hat, um seinen Karrierestart im Bodybuilding, so nenne ich es einfach mal, hat er ja gut abgeliefert, kam von den Naturalen, hat eine gute Form gehabt, wollte jetzt endlich Muskeln haben, wollte den Naturalsport beiseite legen, hat sich die Profilizenz geholt, ist bei dem Profi gestartet. Bei den Profis gab es einen kleinen Bauchklatscher, weil da doch ein anderer Wind weht. Hat er sich dann vorgenommen, also ich fasse das mal alles kurz zusammen, hat sich dann vorgenommen, drauf zu packen und wollte dort bei den Profis auch gut bestehen. Jetzt hat er sich dazu entschieden, das Profibodybuilding nicht vollzeitmäßig zu betreiben, sondern wieder in seinen Beruf zurückzugehen. Einfach, weil er da wahrscheinlich eine größere soziale Abgesichertheit hat oder denkt zu haben als im Profisport. Weil als Profi ist man ja tatsächlich von Sponsoren abhängig, von seinem Influencer-Dasein abhängig und das ist natürlich alles auf lange Sicht gesehen für den einen oder anderen keine sichere Bank. Ich persönlich, jetzt würden alle erwarten, dass ich dagegen schieße, mache ich aber gar nicht, weil ich persönlich finde die Entscheidung gar nicht so verkehrt oder so dumm, weil er scheint ja doch ein ziemlich rationaler Mensch zu sein. Und dass er bei dem Profi in irgendeiner Form bestehen könnte, um ganz vorn mitzumischen, das wage ich zu bezweifeln. Er wahrscheinlich, denke ich mal auch, offene Bodybuilding kommt sowieso nicht in Frage, weil er da, denke ich mal, genetisch limitiert ist, was den Masseaufbau angeht. Und in der Classic-Physik bringt er einfach nicht die Linie mit, die er haben müsste, um ganz vorne mit rumzutun. Dass er eine super Muskelqualität aufweist, da braucht man nicht drüber reden, das hat er oft genug bewiesen. Aber um, wie gesagt, ganz vorne mitzumischen und sich seinen Lebensunterhalt dort zu verdienen, das ist halt doch ein bisschen schwerer. Und so im Mittelmaß oder im hinteren Teil rumzuschwimmen, was Social Media angeht, ist als Lebensgrundlage, wenn man jetzt jung ist und vielleicht noch Familienwunsch hat und, 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 dann doch nicht so der ganz sichere Weg. Für so schräge Typen wie mich, die keine Verpflichtung haben, da ist das alles wunderbar und bunt. Aber für Leute, die nachhaltig, also die jung sind und nachhaltig arbeiten wollen, ist das schon ein ziemlich riskanter Schritt. Und deswegen, ich begrüße es nicht, aber ich finde es okay, wenn er sich zu diesem Schritt entschieden hat. Und deswegen gibt es da auch von Kalle jetzt keine bösen Worte oder irgendwelchen Schwachsinn. Es scheint ein vernünftiger Junge zu sein. Lass mal einfach mal zu stehen. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar Nick Walker hat so ein bisschen, naja, gegen Hardy geschossen, kann man das nicht nennen. Aber Nick Walker ist ja so, ja, er zappern gehört zum Handwerk und er nimmt das sehr, sehr wörtlich. Er gibt ja öfter mal so ein paar coole Statements von sich, die ich ja eigentlich auch feiere. Nun hat er aber über Hardy Chopin gesagt, nachdem er gefragt wurde, wie er die Mr. Olympia-Chance von ihm einschätzt, dass er mit anderen Worten eine Eintagsfliege ist und den Titel nicht mehr gewinnen wird. Er schätzt das aber auch so bei sich, wenn er den Titel gewinnen würde und dass er den nicht in Serie gewinnt. Es ging darum, ob es möglich ist, diesen Titel momentan in Serie zu gewinnen für die Athleten, die dort starten. Ich bin der Meinung, es ist sehr schwer, das Ding zu wiederholen oder zu trübbeln. Aber man soll ja niemals nie sagen, ich persönlich glaube auch nicht, dass Hardy dieses Jahr gewinnen kann oder gewinnen wird. Ich sehe da, ich habe da andere Favoriten, aber das wird man dann alles sehen, wenn es so weit ist. Ich kann mich ja auch täuschen. Auf alle Fälle der Nick Walker, wer den nicht kennt, das ist so ein junger Mann, der extrem mutiert ist in den letzten Jahren, feiere ich ja total richtiges Masseschwein, hat einen fetten Ärmel dran ohne Ende, also ist wirklich so ein Bodybuilder, wie man sich vorstellt. Hat jetzt vielleicht nicht die schönste Linie von vorn, dadurch, dass er sehr kurze Beine hat, aber ist ein anderes Thema. Auf alle Fälle bin ich der Meinung, bei dem Erfolg und bei dem Status, den er momentan hat, wäre es ratsam für ihn, also würde ich hier zu sehen, dass er seinen Mitkontraenten gegenüber ein besseres soziales Verhalten an Tag legt, also sprich, da er nicht nur die große Fresse hat, was er sich ja eigentlich leisten kann, aber es kommt doch sympathischer rüber, weil er hat ja auch eine Vorbildfunktion mittlerweile, obwohl ich ja von diesem Quatsch gestalte mit Vorbildfunktionen eigentlich, aber ich muss ja jetzt auch eine irgendwo für die Community haben in manchen Sachen und deswegen ist es wieder gerechtfertigt. Wer es nicht versteht, der kann mich nochmal anschreiben, dann erkläre ich es ihm auch nicht. Und ja, wie gesagt, also eher die Kernaussage war, dass er denkt, das ist so ein One-Hit gewesen mit Hadi Champagne bei seinem Olympia. Schauen wir mal. Olympia rückt immer näher, die Wettkämpfe kommen immer näher, da kommen wir halt zum nächsten Thema, die Orlando Pro Show, dort waren die schweren Jungs am Start. Zahra-Favorit war meiner Meinung nach Mustafa Mohammed und jetzt hat aber der dort nicht gewinnen können, weil dort kam der 49-jährige Jamaikaner Phil Claire Herr, ich spreche mal so aus, hat keiner auf dem Schirm gehabt, war seine erste Profi-Show, hat sich das Ticket für Olympia geholt. Glückwunsch an der Stelle, aber ich habe ja nur so ein bisschen mir die Sache angeguckt da und ich kann nicht verstehen, wieso man den Mann dort vorne Mustafa Mohammed gewinnen lässt, weil gut, der Mustafa Mohammed hat nicht die Linie wie der Phil, aber er ist viel kompakter, er weist viel mehr Fleisch auf und ich bin mir nicht sicher, oder doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Phil auf dem Olympia gar keine Rolle spielt. Null, nada. Entweder hat er gute Connection oder was, dass er sich das Ding da holen konnte. Ich hätte viel lieber den Mustafa Mohammed dort gesehen auf dem Olympia, weil wenn der in Form kommt, dann ist das ein Top-Ten-Kandidat auf alle Fälle und wie gesagt, der Phil, der wird mit den dünnen Beinen und das sieht ja aus wie so ein mutierter Classic-Physik-Typ. Hut ab vor dem Alter, 49 Jahre, sich da so in Form zu bringen und dann auch noch gefährlich zu werden für die Leute, aber ich sehe da wenig Sinn drin, solche Leute auf Olympia zu schicken und den gegen den Mustafa Mohammed verlieren zu lassen. Andererseits muss man natürlich auch ganz klar sagen, der Mustafa, der muss endlich mal lernen zu posen, weil das fällt ihm offensichtlich richtig schwer. Der kriegt keine vernünfte Doppel-Bizeps-Pose von vorne hin und das ist ja nun mal die erste Pose, wo die Kampfrichter schon mal schauen, was bringt der Junge mit und wenn du die verkackst und da seine Arme nicht richtig positionieren kannst und die nicht richtig aufmachen kannst, dann wird es natürlich schwierig in den weiteren Posen zu punkten, auch wenn das dann besser rüberkommt. Wenn die Doppel-Bizeps-Sitz zum Anfang und alle Folgeposen okay sind, dann wird man immer besser dastehen, als wenn man das erste Ding verkackt und die anderen dann tatsächlich besser sind, ist meine Meinung. Aber wie gesagt, es ist ja noch nicht aller Tage Abend, der Mustafa, der hat ja noch Zeit, sich zu qualifizieren, bis Mr. Olympia ist ja noch ein bisschen Zeit und ein paar Quali-Shows liegen ja noch dazwischen und ich würde sagen, in diesem Sinne beschließen wir den Kalle-Report mit Peace and Love und Rock'n'Roll, so wie immer, euer King Kalle.